Was ich von dieser Testamentseröffnung erwarte? Ich würde mit dem Flugzeug nach Paris reisen und mir über 100 Sündteure Kleider kaufen. Also was ich von der Testamentseröffnung erwarte... Was wir von dieser Testamentseröffnung erwarten, ist Großes. Denn allein das, was wir bisher gesehen haben, geht bereits in die Millionen. Allein dieser fantastische Gobelan oder diese antike chinesische Vase. Also da wird schon einiges auf uns zukommen. Da bin ich der gleichen Meinung wie mein Mann. Ich glaube nicht, dass ich was erbe. Ich habe ja immer Pech im Leben. Und ich mache mir auch großes, großes Sorgen. Denn das sind gar keine guten Leute hier. Nein, nein. Vielen Dank.